Lukas, wir müssen jetzt im Kinderarzt! Ich will aber nicht! Du kommst jetzt mit! Willkommen beim Kinderarzt, wo tut's weh, hm? Hi, mein Sohn hat leider seit Tagen Schmerzen und wir wissen einfach nicht, woran das liegt. Ich werde geschlagen! Wie bitte? Äh, was? Ja, ich werde heute geschlagen, seit Tagen. Brutal. Lukas, what the fuck? Oh mein Gott, das ist ein Fall für das Jugendamt. Moment mal, Lukas! Ich hab dir gesagt, ich will nicht so im Kinderarzt. So, was willst du dann? Schenk mir ein iPhone 12 und vielleicht ändere ich die Story. Kleiner Psyche! Ich werde nicht schlagen! Ist ja gut! Hier! Geht doch! Herr Doktor, warten Sie! Hallo, hier ist Doktor... Ja? Ich war nur verwirrt. Ich bin noch hingefallen auf meinen Popo. Du wurdest nicht geschlagen? Äh, nein... Sicher? Ja! Ein Glück, dann mach jetzt dein Popo frei, deine Schmalz mit Salbe ein. Na gut, was? Jetzt wird eingecremt, Lukas! Karma is a bitch! Okay... Ciao! Vielen Dank.